Ihr kriegt schon ab 21 Cent hier Skins und ihr kriegt ja allein, wenn ihr euch über den Code anmeldet, schon 50 Cent. Also habt ihr einen Skin schon mal safe, auch wenn ihr nicht wettet. So, hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie man gratis Skins bekommt. Und hier müsst ihr wirklich noch nichts groß machen, noch nicht hier wetten oder so. Also könnt ihr natürlich, aber müsst ihr noch nicht mal. Ihr könnt einfach auf Free Coins gehen, diesen Code angeben. Den werde ich natürlich auch in der Beschreibung verlinken und wahrscheinlich auch im Titel oder sonst sowas. Auf jeden Fall müsst ihr den Code dann angeben, der bekommt ihr sofort 50 Cent, wie dieser Boy hier, Justin S. Der war auch schon so nett und hat den Code eingegeben und bekommt dann 50 Cent. Also hier sieht man dann auch, dass er schon 3 Euro gewettet hat und ich bekomme dann 1 Cent von 3 Euro. Also für mich lohnt es sich gar nicht, aber... Er schreibt doch abzockert. Ja, das lohnt sich eigentlich nicht. Aber ihr habt ja schon Anfang an 50 Cent. Und ja, damit habt ihr schon mal sehr viel Glück, würde ich mal sagen. Also er hatte aus 50 Cent schon mal 3 Euro gemacht. Also geht es dann natürlich auf Slots. Und dann könnt ihr hier auf die 4 Möglichkeiten setzen. Also habt ihr Glück und ihr gewinnt was mit den 50 Cent hier. Zum Beispiel mal 2,5 oder mal 7,5, wenn das kommt. Ähm, wenn nicht, wenn ihr verkackt, eure 50 Cent sind weg. Und dann müsst ihr erstmal neue Items setzen, damit ihr wieder Geld drauf habt. Und ihr müsst mindestens 50 Cent halt, damit ihr überhaupt hier was setzen könnt. Also so an sich ist die Seite halt sehr scheiße. Aber ich mein, ihr hattet sehr Glück. Wenn ihr den 2, 3 mal richtig setzt, dann zack, hast du schon 10 Euro. Und ja, kann eigentlich jeder probieren. Ist ja kein Scam oder so. Halt einfach anmelden und meinen Code eingeben. Ja, das soll auch schon eigentlich schon gewesen sein. Und ich würde auch mal anmerken, dass ihr halt von Anfang an schon Waffen bekommen könnt. Weil, wenn wir jetzt auf die Seite gehen, ihr kriegt schon ab 21 Cent hier Skins. Und ihr kriegt ja allein, wenn ihr euch über den Code anmeldet, schon 50 Cent. Also habt ihr ein Skin schon mal safe, auch wenn ihr nicht wettet. Und ja, wir können dann schon bis so eine, na gut, bis 50 Cent genau. Aber ich würde jedem empfehlen, mal 50 Cent rauszuhauen und scheiß drauf. So 50 Cent Skinnen lohnt sich eigentlich eh nicht. Denn, ja, ciao. Bis zum nächsten Mal.